Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich würde heute gerne über die Militarisierungsprojekte sprechen, die gerade auf europäischer Ebene stattfinden, auf Ebene der EU. Und da gibt es auf der einen Seite PESCO, das ist Permanent Structural Cooperation, das ist eine enge Zusammenarbeit von 25 EU-Mitgliedstaaten, die sich militärisch stärker formieren und auch aufrüsten wollen. Aber es gibt auch diesen europäischen, sogenannten europäischen Verteidigungsfonds, European Defence Fonds, EDF, der von der Kommission vorgeschlagen wurde, der 13 Milliarden Euro in den nächsten EU-Haushalt einstellen soll und der jetzt in diesen Tagen und Wochen vom Parlament wahrscheinlich verabschiedet wird und dann auch vom Rat verabschiedet wird. Und das Problem bei diesem europäischen Verteidigungsfonds ist, dass er illegal ist. Die EU-Verträge sagen ganz klar, dass eine Militärfinanzierung über den EU-Haushalt ausgeschlossen ist. Das ist explizit benannt im Lissaboner Vertrag in Artikel 41. Und um das zu umgehen, wird jetzt ein Trick angewendet, der das Ganze als Industrieförderung und als Forschungsförderung deklariert. Aber es ist ganz offensichtlich, dass es dabei um Militärförderung geht. Es geht dabei um eine massive Aufrüstung und nicht nur um irgendwie die Koordinierung von europäischen Waffensystemen oder so, sondern es geht hier um eine grundsätzliche Aufrüstung. Zum Beispiel geht es um eine europäische Kampfdrohne oder auch möglicherweise um Killerroboter. Und wir haben jetzt ein Gutachten in Auftrag gegeben. Wir, sage ich mal, in Zusammenarbeit Die Linke im Bundestag und im Europaparlament über diesen europäischen Verteidigungsfonds bei einem Rechtswissenschaftler, Professor Fischer-Lescano. Und Fischer-Lescano sagt ganz klar, dass dieser Verteidigungsfonds, dieser Militärfonds rechtswidrig ist, dass er gegen die Verteidigungsfonds Verträge der EU verstößt und er empfiehlt uns auch zu klagen. Und das werden wir auch tun. Wir diskutieren das gegenwärtig in der Bundestagsfraktion. Wir wollen klagen. Wir suchen nach dem Weg. Seine Einschätzung in diesem Gutachten ist, dass eine Klage sowohl vor dem Bundesverfassungsgericht als auch vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg aussichtsreich ist. Und ich glaube, dass ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, weil wir europaweit im Augenblick viele, viele Krisen haben. Und es scheint so zu sein, dass das einzige, worauf sich die EU-Eliten und die Regierungen im Augenblick verständigen können, eine Aufrüstung ist, eine Militarisierung ist. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das Europa, was wir wollen. Und deswegen werden wir das thematisieren, werden wir klagen und wollen wir auch diesen Verteidigungsfonds kippen.